Tresorraub an der Berliner Fasanenstraße und der Prozess hierzu vor dem Landgericht Berlin. Darum soll es heute gehen. Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Rechtsanwalt Hartmann. Ich bin Fachanwalt für Strafrecht und für Verkehrsrecht in der Kanzlei Dr. Hartmann und Partner in Oranienburg bei Berlin. Der Prozess um den Berliner Tresorraub in der Fasanenstraße, das ist ein Objekt gewesen, wo sehr viele Wertgegenstände eingelagert wurden, läuft derzeit. Wir vertreten Geschädigte und berichten über diesen Prozess auch. Heute ein ganz kurzer Zwischenstand. Es ist ja bekanntlich so, dass der Hauptangeklagte, das war der Geschäftsführer dieses Unternehmens, das das Objekt geführt hat. sich teilgeständig eingelassen hat und demzufolge auch zum sogenannten Kronzeugen wurde und Zeugenschutz in Anspruch genommen hat. Das Verfahren ist gekennzeichnet durch einige Ermittlungspannen und Ermittlungsschwächen. Viele Prozessbeobachter sind etwas enttäuscht darüber, wie wenig aufgedeckt wurde, sodass hier tatsächlich mit milden Strafen gerechnet werden kann, hinsichtlich der Handelnden. Aus unserer Sicht interessant ist eben, was ist denn eigentlich mit den Geschädigten, die da ihr Erspartes oder sonstige Gegenstände eingelegt hatten. Da kann ich Ihnen zusammenfassen, dadurch, dass der Geschäftsführer dieses Unternehmens mit den Einbrechern kooperiert hat, hat der Versicherer, also das geht ja immer nur um den Versicherer, um Leistungen aus einem Versicherungsvertrag, hat der Versicherer selbstverständlich eine Obliegenheitsverletzung geltend gemacht und zunächst mal jeden Eintritt in eine Schadensregulierung verweigert. Das ist das ernüchternde und bittere Ergebnis aus Sicht der Geschädigten. Wir berichten regelmäßig oder von jedem einzelnen Prozestag dieses Strafprozesses nachzulesen auf unserer Homepage unter ra-hartmann.de. Da finden Sie sämtliche Berichte zu jedem einzelnen Prozestag. Ansonsten wie immer abonnieren Sie gerne meinen Kanal und Sie können auch durch Klick auf die Glocke dann jeweils benachrichtigt werden, wenn es ein neues Video zu interessanten Themen gibt. Ich werde nicht über jedes Urteil oder jede Entwicklung hier neue Videos machen, sondern nur, wenn aus meiner Sicht etwas, was wirklich viele Leute interessiert, passiert, dann mache ich ein Video dazu. Sie werden also nicht behelligt mit jedem einzelnen amtsgerichtlichen Urteil, sondern eben nur, wenn ich etwas für berichtenswert halte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Spannende Musik Spannende Musik Ja, das gut so funktioniert.